so und herzlich willkommen zurück es geht weiter mit inzwischen und beim letzten mal hatten wir ja eine etwas überlängige folge jetzt bin ich mal sehr gespannt wie es mit diesem level weitergeht oder mit dem nächsten uff alter so wie viele gegner 179 alles klar ihr könnt euch jetzt schon auf eine sehr lange folge einstellen es tut mir leid uff alter wobei ist es besser als drei gegner dann hätte ich glaube ich mehr angst gehabt die zählen gar nicht als gegner aha so so oh gott oh gott aber da habe ich mich treffen lassen ok jetzt müssen wir jetzt müssen das kill beweisen das wird auch schon das und überlange folge ich schwörs oder ich weiß es einfach der feld pitt von das gute ist es sieht hier alles überall gleich aus das bedeutet es ist unmöglich für mich das auseinander zu halten war wo ich schon mal war und wo ich noch nicht war aber solange ich nur langweilige viele gegner bekommen bin ich sehr gut gelaunt ok komm weißt du was da ballern wir jetzt einfach mal eine rocke ok ich hatte jetzt nicht damit gerechnet dass eine rocket mich insta tötet ach du scheiße ist der übel ok also die rocket nur auf sichere entfernung anwenden das habe ich jetzt gelernt zum glück habe ich das am anfang des levels gelernt so munition und weiter geht's bäms und weiter geht's hoppa ok gut oh gott da muss ich aufpassen oh gott die alläuse da viele blades ich habe nur noch 46 leben da muss ich super vorsichtig sein mit und ich muss mir alle stims mitnehmen die ich finden kann jawohl sehr gut das hat meine helft schon mal wieder etwas nach oben gebracht aber auf 61 nur das ist es nicht viel warme junge und der jumping peak alter warme junge in your fraser so weiter geht's jetzt sagt herrn verlauf scherz gut ok extra leben das ist immer gut okay ich muss sagen diese gegner sind einigermaßen als erträglich das gute ist weißt du die springen eigentlich an die kann man relativ gut kontrollieren so wenn das mehrere sind die band den haben wir mal direkt gefickt und den ficken wir auch noch jawohl beim junge so brennst jetzt ein stück scheiße so weiter geht's hier ok sehr gut dann in jenen wie viele secrets gibt es eigentlich genug oh gott hilfe oh gott den da oben muss ich weg machen oh gott oh gott das ist ja ganz schlecht das ganz schlecht das gericht die schlecht ja alles oh gott oh gott das fiege ist richtig übel ja fang ist miss das war ein dummes extra leben was ich wasted hab shit ja dumm gelaufen aber macht ja nix müssen ja so oder so hier durch also hier geht's gar nicht weiter fuck das heißt es ja wahrscheinlich optional gewesen mist das ärgert mich jetzt das ärgert mich dass ich da aber da war ein harter kampf leider war ein harter kampf ok der ist tot sehr gut und ich habe nur noch zu scheuert ok schöner double headshot weiter gehts hier hoppa bämm so ist er sonst noch irgendwas ja sehr gut weiter geht's nachladen richtig ja kommt fuck you alter da kam es genau so Ск exhibitor zu sein in dem Moment, wo ich nachgeladen hab. Starke Leistung, Bro. Okay, hier geht's nirgendwo rein. Fuck, da wollte ich um die Ecke, aber das hat nix gebracht. Bams. Oh Gott. Gut gedotcht, aber. Yes. Sehr gut. Okay, der ist gestorben, sehr gut. Bams, da geht's hier. Wie sind da an der Ecke campen, die Wichser? Unfassbar. Hier, erstmal ganz kurz gucken. Ah, ja komm, da spawnen die Gegner oder was? Oh Gott, wir dodgen dat und Bams, Junge. Zack hier. Stylische Moves hier. Ich bin einfach ein Profi. Zack. Ah, die sind hier drinnen gespawnt. Verstehe. Gut, alles klar. Verstehe. Da kann ich jetzt nicht mal sauer sein, großartig weiter. Okay, damit habe ich jetzt hier was freigeschaltet. Okay, und das hier ist jetzt ein Durchgang geworden. Okay, gut. Bisher. Alles easy. Quad Shotgun. Let's go, Alter. So, Bams. Box of Shotgun shells. Wunderbar. Ja, ich muss halt sagen, diese Waffe hier finde ich etwas schwierig. Die hier finde ich etwas schwierig zu bedienen. Da finde ich die klassischen Waffen irgendwie einfacher. Oh Gott, das war richtig schlecht von mir. Oh Gott, oh Gott. Ich verliere... Oh Gott, lol. Das war richtig gut. Das war richtig gut. Scheiße. Target Prioritization. Das muss ich jetzt ja achten. Okay, der ist down. Und der auch. Wunderbar. Klasse. 69 Leben, ja? Als hätte ich es geplant. So. Weiter geht's. Hopp war. Bams. Ah, da unten sind sie, die Wichser. Leute, ich habe mich trotzdem noch getroffen, der Wichser. Das dummer Arschloch. Ha, hast du gedacht? Du könntest was. Das war eine fatale Fehlernahme, Bro. Okay, äh, Bullets. Achtung, alle, hier sind hier viele Fässer. Ach, du Scheiße. Wenn hier einmal ein Querschläger kommt, bin ich tot, Alter. Da war es das mit mir. Gott. Oh Gott, das war ein riesiger Fehler, glaube ich. Aber es gibt eine schöne Kettenreaktion jetzt. Ja, sehr gut. Okay, warte, 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 voll Gas. Ach ja, das ist immer gut, wenn man noch ein extra Leben in petto hat, Kinder. Da kann man beruhigt durch den Alltag gehen, durch den Schulalltag. Auch wenn ich jetzt aktuell so, glaube ich, ein bisschen Munitionsprobleme bekomme. Aber, ja, ich denke, das geht alles noch. Und zwar jetzt habe ich noch die Kitty-Waffe. Mit der kann ich dann, glaube ich, ein bisschen meine Armor wieder restoren. Das ist quasi ein bisschen meine... Oh Gott, sehr schön. Perfekt, perfekt, perfekt. Haben wir hier alles aufgesammelt? Ja, Hammer. Okay, sehr gut. Das bedeutet, wir können jetzt hier weiter nach oben, wenn ich einmal hier so ein bisschen das als Startrampe benutze. Na, schönes Level-Design. Schönes Level-Design. Das gefällt mir. So, wo muss man denn jetzt hier hin? Schlechtes Level-Design. Ah, da oben hin. Ah, alles klar. Ich bin völlig falsch gesprungen. Das ist sehr schlecht. Aber lässt sich noch gerade so korrigieren. Oh Gott. Da ist noch nicht aller Elternabend, Abend quasi, könnte man sagen. Da wurde noch nicht das letzte Wort gesprochen in dem Sinne. Okay, wir können ja lang. Das ist sehr gut. Das heißt, wir müssen dann einfach darüber und dann der anderen Dinge uns wieder folgen. So, und weiter geht's. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Da ist ordentlich was los. Bam, Junge. Den haben wir aber mal ordentlich zerfixen. Alle Einzelteile. Oh, ja, um den Witz willen. Wir haben es, Junge. So, haben wir beide weg. Wunderbar. Weiter geht's hier. Hoppa. So, Health Container brauche ich gar nicht, weil ich einfach so geil bin und volles Leben habe. Okay, wo geht man denn jetzt als nächstes hin? Ah, hier muss man den Knopf drücken. Wunderbar. Ventilation Hatch has opened below. Ein Lüftungsschacht hat sich unten geöffnet. Ah, das ist bestimmt der hier. Zack. Das ist aber ein sehr cooler Hinweis, muss ich gestehen. Der gefällt mir. Okay, hier geht's aber nicht weiter. Das bedeutet, wir müssen hier runter. Klasse, oder? Ich glaube, ich hole mal die Shotgun raus. Ach, du Scheiße. Ich habe Angst. Hilfe, Mama. Okay, da hinten wollen wir hin, aber können wir nicht, weil wir zu dick sind oder so. Na, müssen wir erst noch ein paar Kilogramm abnehmen. Ach, du Scheiße. Ach, du heilige Scheiße. Ist das übel. Oh Gott. Oh Gott. Das war sehr dumm. Hat mich sehr viel Leben gekostet. Unnötig. So, warte, geht's ja. Hoppa. Geh durch. Wann ist passiert? Ich habe keine Ahnung. Ach, du einige Scheiße. Ach, du heilige Scheiße. Das war sehr, sehr dumm von mir. Mich hier in so eine Ecke drängen zu lassen. Ich habe wenig HP. Mir geht es nicht gut. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Ich brauche Health. Den ist Health. Health. Hilfe. Hilfe. Okay, aber wo kam die jetzt her? Ich weiß es nicht. Ist jetzt hier was offen? Oh Gott. Okay, da müssen wir anscheinend runter. Klasse. Okay, wo geht's denn hier lang? Digga, was ist denn hier los? Oh Gott. Oh Gott. Ach, du heilige Scheiße. Ach, du heilige. Jawohl. Bam, Junge. Und schön in die Phrase. War das ein Double Kill? Das war ein Double Kill, Alter. Weil ich halt einfach der Heftigste bin. Deswegen. Und nicht anders. So. Hier weiter. Da könnten wir durch. Wollen wir aber gerade noch nicht. Okay, wir wollen doch hier durch. Leben. Oder Health. Ja, Leben habe ich ja schon. Klasse. Okay, war der hier durch? War der hier durch? Oh Gott. Okay, das ist relativ easy hier alles. Das ist jetzt nichts, was mich vor eine heftige Aufgabe stellt. Das waren übrigens schon immer meine berühmten letzten Worte. Da hinten würde es weitergehen. Aber ich will mich erst hier drüben nochmal umgucken und den Stuff hier mitnehmen. Ich glaube, das da unten ist sehr, sehr giftig. Deswegen gehe ich da mal nicht hin. Aber ich will mich da trotzdem weiter umgucken, ob hier noch was ist. Aber es sieht nicht danach aus. Das sieht nicht danach aus. Das sieht nicht danach aus. Da, 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 da. So, weiter geht's hier. Hoppa. Habe ich in kurz. Ja, guck mal, habe ich dir aus dem Gang hier raus geforscht. Geil gemacht von mir. So, was so, als wäre das geplant gewesen wäre. Okay, nächstes Rätsel, nächster Spaß, nächste Freude. Okay, gut. Hier haben wir jetzt einen Health-Container aufgenommen und 5 HP verschwendet. Aber so ist das halt im Leben. Warme Junge. So, so nämlich. Oh Gott, ich hänge fest. Das ist ganz schlecht bei den Gegnern. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das hat mich jetzt richtig HP gekostet. Holy shit. Ich hatte irgendwie so 110. Jetzt habe ich noch 66. Aber gut, hier liegen viele Leichenteile rum. Das heißt, ich habe gute Arbeit geleistet. Bisschen Health wären wir zwar lieber gewesen, aber Shotgun-Munition nehme ich ja auch keines. Okay, weil da geht's. Okay, da hinten will ich hin. Aber auf dem Weg, dann wird mich doch bestimmt mal was stoppen, oder? Ich habe Angst, diesen Knopf zu drücken. Oh Gott, hinter mir ist war... Leute, ich habe gedacht, ich wäre smart. Ach, bin ich aber nicht. Oh Gott, das war richtig scheiße. Oh Gott, ist das ein scheiße Game von mir. So, weiter geht's. Extra Life. Also, ich habe jetzt schon drei Extra-Leben. Das Spiel meintet aber gut mit mir. Ist das ein Rätsel? Ich weiß es nicht. Oh Gott, das will. Man muss aber auch mal sagen, dass die Level-Gestaltung sehr, sehr geil ist. Zumindest in diesem Level. Ich muss sagen, hier in dem Level hatte ich jetzt noch keinerlei Probleme, mich fortzubewegen. Oder irgendwie den Weg zu finden. Fuck, hinter mir. Ich meine, ich könnte halt sowas auch ignorieren. Nur das Problem ist, dass, wenn man dann nochmal zurückkommt, von Herd an Gegner angegriffen wird, gibt es immer nur Ärger. Deswegen. Oh Gott, ich habe nur noch zwei Schalls gehabt. Uff. Und ich habe nur noch 29 Leben. Verfickte Scheiße. Na gut, jetzt habe ich wieder 44. Das ist schon mal... Das ist okay. Das ist okay, hätte ich gesagt. Hier müssen wir ein bisschen Kung-Fu-Style ausweichen. Ah, fuck, das war dumm. Das hatte ich mit dem Maschinengewehr verwechselt. So, weg die dumme Sau. Health-Container mitnehmen. Zack. Und weiter geht's. Ich muss gestehen, das hier ist ein etwas lineareres Level. Das gefällt mir auch deutlich besser als die anderen Level bisher, wo so Open-World war. Oh Gott, ich bin am Arsch. Oh Gott. Oh, im Himmels Willen. Aber ich habe es überlebt. Mit sogar verhältnismäßig viel HP. Uff, Alter. Das war verhältnismäßig viel HP, womit ich hier raus bin. Das ist gut. Uff, Alter. Und ich habe 135 erst, 580. Das heißt, es fehlen noch 45. Scheiße. Aber dann ist es noch nur 44. Ja, das habe ich jetzt gerade mal aufgeründet. Um Himmels Willen. Das Kettensägenblatt hat mich auch um die Ecke noch verfolgt. Okay, bam, bam, bam. Ja, muss ich mit dem Rocket Launcher arbeiten, Alter. Also, das ist ja prädestiniert dafür. Da steht, also, die waren ja gerade so hart gegroobt. Aber ich würde sagen, nach der letzten Folge so unfassbare Überlänge hatte, würde ich die heute dann mit dem, quasi mit diesem Level hier quasi abschließen. Also, wenn dieses Level vorbei ist, ist auch die Folge vorbei. Weil ansonsten zieht sich da ja wahrscheinlich dann ewig, nehme ich mal stark an. Muss ich jetzt eigentlich machen. Ähm, Moment. Von hier bin ich gekommen, oder? Von hier bin ich doch gekommen, oder? Nee, bin ich nicht. Extra live. Von hier bin ich nicht gekommen. Offensichtlich. Okay. Dann kämpfen wir uns jetzt hier mal durch. Und gucken mal, wo wir rauskommen. Moment, von hier bin ich gekommen. Moment, jetzt bin ich wieder völlig verwirrt. Och, nö, nicht schon wieder. Ah, ich bin schon wieder verwirrt. Och, nö. Das passiert immer viel zu häufig bei solchen Spielen. Och, nö, jetzt muss ich wieder den ganzen Weg zurücklaufen, oder was? Aber krass, da habe ich ein extra Leben übersehen. Wie dumm bin ich denn? Ja, okay, so viel Blödheit wie ich. Ich kriege es aber sonst auch nicht mit. Also, das ist ja unfassbar. Das ist ja unfucking fassbar, wie scheiße ich da bin. What the shit? Okay, gut, aber hier ging es so. Und dann ging es hier weiter. Okay, da blinkt was. Keine Ahnung, ob das gut oder schlecht ist. Man weiß es nicht. Okay, hier habe ich mich auf jeden Fall durchgekämpft an den Massen. Dann kommt man quasi an den Massen der Feinden vorbei. Okay, ein bisschen Leichenschändung hat ja auch noch nicht geschadet. Oh Gott. Moment, nee, jetzt bin ich wieder hier. Scheiße, ich bin aber im Kreis gelaufen. Ach, großartig. Okay, aber sonst ist hier ja nix. Hier hatte ich gerade noch das Extra-Level, also das Extra-Leben gefunden. Okay, das hier sieht so aus, als würde man hier durch wollen. Ähm. Und hier hatte ich mich jetzt nach oben gekämpft. Und jetzt muss es ja hier oben irgendwo weitergehen, oder? Hä? Achso. Ah, okay. Gut. Na klar. Natürlich. Okay, weiter geht's. Habe ich den Weg ganz übersehen. Hupsi. Na, darauf habe ich ein Extra-Leben. Okay, bam. Und bam, Junge! Zack, in die Phrase. Oh Gott. Bam, Junge, Alter. Ja, einfach in die Fresse geschossen. Einfach komplett massakriert, Alter. Frage, ich habe bisher 0 von 4 Secrets in diesem Level gefunden. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Health! Nee, hier ist aber auch sonst nix mehr. Scheiße. Na, gibt es mir Geld hoch, ne? Hilft ja nix. Bam, Junge. Ja, aber mit dem Rocket Launcher muss ich halt vorsichtig sein hier. Okay, das war klar. Okay, wo geht's hier lahm? Okay, bam. Hier soll doch jetzt alles tot sein, oder? Jawoll! Alter, der Rocket Launcher ist halt so unendlich OP. Warm, Junge. Weck die Sau. Die dumme Drecksfotze, Alter. Bäm, ist hier. 170 von 179. 179. Nice. Warm, Junge. Warum soll ich überhaupt eigentlich noch was anderes als den Raketenwerfer verwenden? Das wäre ein bisschen dumm. Okay, hier wäre jetzt das Level vorbei. Das ist natürlich die Frage, gibt es doch irgendwas cooles, was man noch fix zeigen könnte? Ich behaupte einfach mal nicht. Ähm, ja, bevor ich jetzt hier irgendwie noch Scheiße baue oder so, würde ich sagen, belassen wir es dabei für heute, oder? Die letzten Folgen waren ja immer ein bisschen länger gewesen als normal eigentlich. Deswegen bedanke ich mich jetzt ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns wieder im nächsten Level. In dem Sinne, ja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und lasst es euch gut gehen. Und ich muss sagen, alle immer noch inzwischen, sehr, sehr gutes Spiel. Kann ich sehr empfehlen. Probiert es mal aus. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.